Hey, du suchst einen praxisnahen und nachhaltigen Studiengang mit erstklassigen beruflichen Perspektiven? Du möchtest einen Job im Nachhaltigkeitsmanagement, im Klimaschutz oder mit regenerativen Energien arbeiten? Dann komm zu uns an die Hochschule Rhein-Main. Lerne deine Umwelt kennen und nutze dein Wissen direkt in coolen Praxisprojekten. Wende deine Kenntnisse auf deine Umwelt an und mach dich so fit für die Zukunft. Und wenn du eine kleine Pause brauchst, dann ist der Campus Rüsselsheim genau der richtige Ort für dich. Genieße deinen Kaffee in den Außenanlagen oder komm zu uns an die Kletterwand. Und warum die Hochschule Rhein-Main? Dank unserer überschaubaren Gruppengröße hast du viele Möglichkeiten zur Interaktion und zum Austausch. Außerdem kannst du Praxiserfahrung bei externen Instituten und Kooperationspartnern sammeln. Mit unserem erfahrenen Team von Lehrenden, die selbst jahrelange Praxiserfahrung in dem Bereich der Umwelttechnik sammeln konnten, wirst du bestens auf eine Karriere in diesem spannenden Feld vorbereitet. Du hast also Bock auf Nachhaltigkeit und bringst ein technisches und analytisches Verständnis mit? Dann bewirb dich jetzt für den Studiengang Umwelttechnik an der Hochschule Rhein-Main und gestalte die Zukunft. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das über unsere Bank rufen.